Die Eröffnung der neuen Brücke für Radfahrer, Fußgänger, Rollstuhlfahrer oder auch Rollator-Nutzer begrüßen. Sie ist, wie ich finde, eine großartige Ingenieurs- und Handwerksmeistung und ein echter Hingucker. Aber, was noch wichtiger ist, sie erfüllt eine wichtige Funktion und verbessert die städtische Infrastruktur zusätzlich. Ich möchte, meine Damen und Herren, ein paar kurze Worte vor der Einweihung sagen. Vor allem als katholischer Priester denke ich natürlich bei so einem Ereignis an den Papst. Und der hat einen besonderen Titel. Das ist der Pontifex Maximus, der oberste Brückenbauer. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Anliegen, bei diesem Amt Brückenbauer zu sein in den verschiedensten Bereichen des kirchlichen Lebens. Und ich möchte heute der Stadtfechter, namentlich dem Bürgermeister, aber auch alle dem Rat und Verwaltung, erst einmal Danke sagen, dass Sie sich auch als Brückenbauerin, als Stadtfechter hier auf den Weg gemacht haben. Das war sicher kein leichter Entschluss und sicher eine schwierige Sache. Aber ich glaube, wenn wir das Bauwerk jetzt sehen, dann sind wir sehr schnell überzeugt, dass es hier gut war, diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist eine Brücke, die uns über viele Jahrzehnte, ja vielleicht die weitere Zukunft der Stadt überhaupt begleiten wird. Und ich hoffe, dass wir bald an dem Punkt sind, wo alle Infechter sagen, diese Brücke ist gar nicht mehr wegzudecken. Gott sei Dank, dass Sie diese Brücke haben. Gott sei Dank, dass Sie diese Brücke haben.